Sie war so tief dekolletiert, da hast du mich abserviert für eine Brünette. Viel Busen und kleiner Po, das magst du ja sowieso in deinem Bette. Drum hab ich Gerüchte gestreut, so leicht gläubig sind sie die Leut, dass du ein Perverser bist. Das glaubt auch die Polizei, die waren gleich ganz ohr dabei, wenn du es ruhig hinterlegst. Denn in der letzten Nacht, da hab ich sie umgebracht mit deiner Krawatte.